Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Jöni hier und herzlich willkommen zu meinem besten Pack in FIFA 23. Ja, Freunde, wir haben jetzt gerade 4.30 Uhr in der Nacht. Ich bin komplett am Arsch. Wir haben die Weekend League noch zu Ende gespielt. Ich habe einige Icon Packs aufgemacht und ich habe mit Abstand den besten Spieler gezogen, den ich dieses FIFA gezogen habe bisher. Also Wahnsinn, was da gestern abging im Stream. Deswegen, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, kommentiert das Video und danke auch für euer krankes Feedback für die ganzen Food-Videos, die ich aus Istanbul hochgeladen habe. Aber da wird noch die Tage eine richtig geile Food-Tour online kommen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das macht momentan auch nochmal viel Spaß, dieser Content. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir starten rein ins Video. Let's go! Bevor wir rein starten ins Video, Leute, wollte ich nochmal Werbung machen für meinen Partner Silberpfeil. Ist der Energy Drink, den es in verschiedenen Sorten gibt und den könnt ihr aktuell bei Shell bekommen. Also bei allen Shell-Filialen Tankstellen. Vor allem die Capo-Edition ist dort am Start, Leute. Deswegen checkt das gerne aus, markiert mich bei Instagram und ja, viel Spaß mit dem Video. Meine Damen und Herren, es geht los. Wir haben 92 plus Brasilien-Frankreich-Holland-Icon-Spieler-Packs. Und wir werden das jetzt so machen. Wir werden beide direkt öffnen und nicht sehen, was wir ziehen. Und dann ein Roulette machen mit den Nationen Holland, Frankreich, Brasilien und gehen von hinten nach vorne durch. Also so richtig schön, babam, babam. Und ich hoffe, da wird ein Brasilianer dabei sein. Ich will auf jeden Fall einen Brasilianer ziehen und sagen, Leute, wir gehen rein. Scheiße, ich hab Angst. Okay, der erste ist durch. Erste ist durch. Der zweite Pick. Ah, es öffnet sich. Ja, ist weg. Alles weg. Es ist alles weg, Chat. Scheiße, ich hab Angst. Ich hab Angst. Das wird ein schnelles Ding, ich weiß. Okay, Leute, es geht los. Wir gehen von hinten nach vorne die Nationen durch. Wir fangen an mit Holland. Mit Holland geht's los. Torwart, Van der Saar, Toti, Icon. Hab ich schon. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Niemals. Oh Mann. Also das ist jetzt schon der Trümmerbruch. Es ist jetzt schon der Trümmerbruch. Ich hab Toti, Van der Saar. Ich zieh nochmal den Prime. Ey, ich glaub das nicht, Digga. Den Keeper, den ich dieses Jahr am meisten verfluche, weil der bei mir nix hält. Ich zieh indirekt. Der erste, den ich öffne. Ist das geisteskrank. Ist das geisteskrank. Komm, jetzt fehlt nur noch ein Ko-Mann. Wirklich, dann kotzt ich aber im Strahl. Wir gehen rein. Holland verteidigt. Okay. Mittelfeld-Holland. Auch nix. Stürmer, da wird jetzt Kreuf kommen. Den hab ich gezogen. Aber es kann auch ganz viel Scheiße kommen. Okay. Holland sind wir schon mal durch. Das ist schon mal gut. Holland sind wir durch. Das heißt, es geht jetzt nach Frankreich. Bitte, bitte. Frankreich. Verteidigung. Ihr kleinen... Das, meine Damen und Herren, war das Roulette. Einfach zwei Schwanz gezogen. Ey, ist das gottlos, Alter. Es ist doch nicht normal, Alter. Wir sind am Ende von FIFA und man zieht die größte Scheiße. So, Freunde. Wir öffnen jetzt das 92-Plus-Totzer-Shapeshifter-Team-1-Spielerwahl-Pack. Eins von vier. Da muss jetzt was drin sein. Nach diesem scheiß Icon-Pack, was wir da... Icon-Packs, die wir gezogen haben. Wir werden eher drei Packs machen. Stat-Reveals. Alles wird kommen, Leute. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Let's go. Okay, Leute. Es geht los. Ich öffne das Pack. Zack. Skip. Ich hab geskippt. Ich hab geskippt, Leute. Oh Gott, Digga. Jetzt wird es losgehen, Leute. Es geht los. Ich bin gespannt. So, der erste Pick, den wir ziehen. Okay. Nein! Das kann nicht sein! Mann! Dreck der erste in Keeper. Super. Okay, Leute. Der zweite wird ein Chat-Pick sein. Mal gucken, was der Chat sagt. 3, 2, 1. Boom. Chat. Schreibt rein, wen ich gezogen hab. Ob ich eine geile Icon hab. La, 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 la. Guck rein in 3, 2, 1. Was? Sinchenko? Was? Ach, du Scheiße. Ja, geil. Genau 92er. Super. Sinchenko. Cool. Cool. Wir gehen rein in den dritten. Wehe. Jetzt kommt wieder ein Keeper. Der dritte ist da. Komm schon. Das kann doch nicht sein. Die ersten zwei komplett Schrott. So, der dritte wird sein. 85 Physis. 88 Defending. Bitte. 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 Nein! Was für 78 schießen. Das ist Schwanz. Das ist Schwanz. Klaus oder so. Oh, ja. Verratti. Hä? Verratti, Verratti. Ist, glaube ich, nicht mehr viel wert, oder? Der wird 150k oder so wert sein, oder? Verratti. Nimmt mal mit, ist okay. Ah, okay. 260k. 260k kostet der. Und der letzte wird sein. Boom. Wir gehen rein. Wir möchten aufdecken. Ich will nicht kein Checkpack. Wir decken auf. Wir decken auf. Das hat Glück gebracht. Komm. Mit 93 Physis. 4 und 9. Alter, das muss ein Brecher sein. Das muss ein Brecher sein. Ach, du Scheiße. Ach, du. Oh mein Gott. Schwanz mit Soße. Oh, Bäcker. Ja, ein Bäcker hat man gezogen. Cool. Das ist unsere Auswahl. Schwanz mit Soße, außer, ja. Verratti ist okay. Ist okay. Ja, das war unsere Auswahl. Wir nehmen mit Verratti. So, Freunde. Wir gehen rein in meinen Pick. Kam ein neues Pick raus. Eins von 93 plus. Ich bin gespannt, was wir ziehen werden. Wir machen unsere Schablone auf und gehen rein in den Pick. Wir können Prime, Toti, Flashback, Put Birthday, Toti Titan, Trophy Titan ziehen. Okay. Let's go. Öffnet sich. Boom. Ach, komm, Alter. Mann. Nein. Aber warte mal. Duplikat könnte gut sein, weil es vielleicht Dingens Prime sein könnte, den ich habe schon. Ihr wisst schon. Jacinio könnte auch sein. Okay, wir gehen rein. Der erste Pick ist 88 Physis. 81 Defending. Oh. 95 Dribbling. Oh. Nein. Es ist vorbei. Leute. Das sieht zu brutal aus. Es muss ein geisteskranker Spieler sein, wenn der nicht krass ist, ne? Freunde. Freunde, hört auf. Oh mein Gott. Da kommt der mit 86 Pace. Schwanz mit Soße ist das. Frankreich. Ach du Scheiße. Wer soll das denn sein? Ach, hör mir auf, Alter. Bitte. Sag mir nicht, dass jetzt Kantonar Prime oder so. Oh. Oh mein Gott. Was? Was? Oh mein Gott. Was? Was? Zidane? Zidane? Hä? Ich hätte ja niemals gedacht, dass das Zidane kommt mit 86 Pace. Ich schwöre gar nicht auf Trophy Titan Zidane. Aha, so. Halt's Maul. Was kostet der, Digga? Nein. Was? Das kostet... Ey, ich hab... Ey, nein. Drei Millionen. Niemals. Digga, das ist die höchste Version, die man ziehen kann von Zidane. 2,8 Millionen. Was? Das ist meine beste Icon, die ich... Ich glaub das nicht. Digga, einfach Zidane. Wo kommt Arschbombe mit? Ich hab keinen Tisch hier. Ich brauch einen Tischler. Aber wusstet ihr, dass es Zidane ist? Ich schwöre, ich hab jetzt mal gedacht. Jetzt kommt hier irgendwie ein Kantonar Prime oder so. Ich hab den gar nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Kannst du damit 81 def? Ach du Heiliger. Okay, schauen wir mal, wer das Duplikat ist, Chad. Wer ist Duplikat? Physis. Was geht denn jetzt wieder ab? 94 Dribbling. 84 passen, okay. 91 schießen? Nein. Es ist wieder ein Brett, Digga. Sag mir, nein, das ist Jacin... Nein, wenn das Jacinio Prime ist, bitte nicht. Es kann gut Jacinio Prime sein, ne? Es kann sein. Oh, okay, okay. Alles gut. Ist George Best, okay. Ist George Best, Chad. Ist George Best, okay. Ja, George Best Prime. Alter, starke Auswahl aber, oder? Starke Auswahl. Best Prime, den hab ich ja schon. Ist nicht schlimm. Meine Damen und Herren, und der Letzte, egal wer es ist, Digga. Wenn jetzt der 9 kommt, nehm ich der 9 mit. Aber die Auswahl ist bisher krass. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Physis. Wir gehen rein. 82 Physis. Okay. 43 Defending. Ja, okay. Ist Müll, glaub ich. Ja. Oh, okay. Oder ist das krank? Guckt euch das an, Chad. Guckt euch das an. Digga, Zidane Trophy Titan. 3 Millionen. Ein dickes W in den Chat, ehrlich. Es ist wirklich geisteskrank, Leute, ehrlich. Ich komm mal nicht klar. Okay, so. Zidane hab ich gewählt. Ist er ausgewählt? Ich muss nur mal sicher gehen. Ja, das ist Zidane, ne? Das ist Zidane mitnehmen. GG's in den Chat mit Champions League Trophäe. Den werden wir jetzt in die Weekend League einbauen. Boah. Was der noch anreicht. Ui. Das wird zu krank, Leute. Meine Damen und Herren, wir gehen rein in die Foot Champions Rewards. Es kann kommen, was will. Wir haben Zidane gezogen. Deswegen sind wir noch halbwegs gut gelaunt. Aber was wieder diese Weekend League passiert, das könnte keiner mehr erzählen. Was kriegen wir denn überhaupt? Eins von vier mit drei Packs. Eins von vier. 91 F-Fix Tots Packs. Picks und zwei 50 K-Picks. Okay, wir gehen rein. Eins von drei. Komm, die öffnen wir erstmal so. Wir gehen direkt rein. Boom. Ach, du Scheiße, Alter. Mandy am Handy. Zweiter Pick. Wir gehen rein. Lassen laufen. Laufen wir auf der Toilette. Toilette, Toilette. Ach, du Scheiße. Was ist das denn? Drittes machen wir. R3. Come on. Gulaschi. Amos. Modric. Ach, Digga. Ausgerechnet Modric noch. Der so eingeschissen hat die Weekend League bei mir. So. Jetzt kommen die krassen Sachen. Und zwar haben wir hier eins von vier. Ich würde sagen, komm, wir machen. Wir machen. Ja, wir machen Dingens. Ich habe Bock auf Dingens. Haben wir heute noch nicht gehabt. Wir gehen rein. Mal gucken, was wir ziehen. Ich hoffe, wir ziehen einen kleinen Spieler, den wir gebrauchen können. Es geht los. Erster Pick. 83 Physis. 88 Defending. 92 Dribbling. Okay. 92 passen. Okay. Ach, du Scheiße. Zinchenko. Ei, 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 ei. Erster Pick Zinchenko. So. Der Zweite. Wer wird der Zweite sein? Wir gehen rein. Der Zweite. Komm. 92 Physis. Okay. 90 Defending. 90 Dribbling. Alter. Alles über 90. Vielleicht ist es ja Rabiot. Nee, Rabiot. Aufschuss 90 irgendwas. Sieht okay aus, aber ist nix krasses. Tonali. Ei, 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 ei. Okay, Leute. Der dritte. Chat Pack. Boom. Ihr schreibt rein. Schreibt rein, wen ich gezogen habe. Gönn. 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 Bitte, 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 gönn. Wir gucken in den Chat. Und es ist 3, 2, 1. Erst am Drippen. Am Trippen? Trippen. Ach, du Stippico. Trippier. Ei, 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 ei. Trippier. Oh nein. Alter. Kann doch nicht sein, ey. Der letzte Pick ist 81 Physis. 87 Defending. Ach, du Scheiße. Müll, Müll. Ach, ich bin so lost. Ich habe gar nicht weitergemacht. Ach, du Scheiße. Was ein Fail. Den hatten wir ja schon gehabt. 53 Defending. 90 Dribbling. 92 Passen. Oh, ach, du Scheiße. Leute. Ey. Das muss ein Banger sein, oder? Bitte, Pace. Enttäusch mich nicht. 90 Tempo nur. Das sieht echt gut aus. Aber irgendwie auch nicht. An sich sieht es gut aus. Es muss was Gutes sein. Komm. Wer ist das? Halt's Maul, Alter. Kane. Oh mein Gott. Es sah so gut aus, Chat. Es sah so gut aus. Dann kommt hier ein Kane, Alter. Ich fass es nicht. Ja, egal. Nehmen wir mit. Ja, aber Kane habe ich schon im Blau, Brudi. Okay. Der zweite Pick. Wir gehen rein. Wir machen R3. Drei, zwei. Und der Pick öffnet sich. Und der erste, den wir gezogen haben, ist... Ach, du Scheiße. Lacron. Komm, der zweite Gun. Boom. Oh mein Gott. Lorenz. Ach, Lorenzo. Hört doch auf, Digga. Was für Lorenzo, Mann. Der so scheiße bei uns die Weekend nicht gespielt hat. Okay, Leute. Und der letzte Pick für Champions ist... Ach, du Scheiße. Wahnsinn, Leute. Ich bin sprachlos. Was für zwei schlechte Picks. Unglaublich. Unglaublich. Das Dreier-Set werde ich ohne Reden öffnen. Egal, wer da drin ist. Wenn Mbappé drin ist, Leao. Ohne... Ihr werdet keine Reaktion sehen. Keine Reaktion. Ein No-Reaction-Pack. Weil ich bin gerade schockiert. FIFA setzt Schockstarre ein. Okay. Guck jetzt. 91 plus. Er fixt Hotz. Ohne viel reden. Wir gehen rein. 3, 2, 1. Boom. Ich mach keine Reaktion. Egal, wer da kommt. Cool. Und dafür holt man 16 Siege in dieser Weekend League. im Monat Juni. Wo das Spiel schon auf das Ende zugeht. Da kann man auch mal klatschen. Ja. Wir brauchten auf jeden Fall Außenverteidiger. Egal, Leute. Das war's auf jeden Fall an der Stelle von dem YouTube-Video. Der Stream bleibt noch online. Keine Sorge. Lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da. Wir haben mein bestes Pack in FIFA gezogen. Ihr habt gesehen, wie wir gezogen haben. Zinedine Zidane Trophy Titan. Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig krasser Spieler. Dafür waren die Rewards scheiße. Kann ja nicht alles gut sein. Daumen da lassen, Leute. Abonnieren. Kommt auf Twitch vorbei. Ich bin einfach am Schwitzen. 30 Grad hier drin. Macht's gut, Leute. Das war's vom Video. Haut rein und ciao.